Die EU-Kommission will heute Pläne für einen sogenannten digitalen Euro vorstellen. Demnach können sich Bürgerinnen und Bürger ihre Euro in einer Art digitalen Portemonnaie etwa auf ihr Smartphone laden. Es wäre neben EC und Kreditkarten sowie Bargeld eine neue dritte Zahlungsart in Euro. Die Europäische Zentralbank geht davon aus, dass diese Bezahlform nicht vor 2026 eingeführt wird.